Naili ist gerade, ist der AFK oder hat er seine Cam ausgemacht? Ich glaube er ist AFK. Kann ich in diesem Sumpf nicht rennen? Nein. Holy shit. Ist jetzt auf der Straße? Läuft hier rüber? Siehst sie? Sehe ich so aus, als würde ich Menschen sehen. Okay, der ist jetzt, kommt hier unten auf uns zu. Er hat mich gesehen. Hast du ihn? Nein, aber er ist hinter dem, jetzt fast. Uff. Gut, dass ich irgendwie heute so gar nichts treffe. Du kannst ihn da links erschießen, da er da an der Wand sitzt. Also schieß auf alles, was da oben bewegt. Ich bin rechts von dir. Aber das ist doch schon tot, was an der Wand sitzt, oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, kann gut sein. Ja, sieht schon tot aus. Du kommst zu mir, ja? Ja, ich bin das. Hi. Oh, Fuchs. Ja. Hören Sie auf sich zu muten. Ich bin schon wieder gemutet. Achso, oh Gott. Hallo. Siehst du ihn da oben? 200 Meter? Schieß einfach drauf gerade. Der bewegt sich noch, der liegt da. Der bewegt sich. Der bewegt sich. Okay, dann schieß drauf. Der robbt sich so nach rechts weg. Jetzt nicht mehr. Ich habe ein Problem. Du hast keine Munition mehr? Vielleicht. Ich habe sogar die extra Muni wieder rausgepackt, weil ich dachte, das brauchst du eh nicht. Wenn jetzt einer von hinten kommt, ich kann dir halt null helfen. Bist du das hinter mir quasi? Nein. Nein. Ja, dann rennt da auch einer rum. Zwei. Zwei. Zwei sind da. Ich bin unterwegs. Ein paar Sekunden später. Jo, hab den anderen auch. Dann können wir die looten. Für Muni. Ähm. Gut. Das eine Zeug von dem Dude ist definitiv safe. Der liegt nämlich im Wasser. Ich bin fast tot. Oder stehst du auf mich? Nein. Nein. Oh Gott. Ich rausche. Das ist der Regen im Hintergrund, Mann. Äh. Hier vorne läuft was? Zwischen den Bäumen rechts, Sonja? Ja, das ist Fass. Ach, das ist das Fass. Oh, ne. Das habe ich nicht gesehen. Da kannst du sie. Wie immer. Links hinter uns sind halt zwei, die so Richtung Exit gelaufen sind. Und ich habe keinen Bock, dass das wieder so Exit Camper sind. Also wie gesagt. Dann muss ich gleich die Server ändern, wenn wir wieder auf Exit Camper stoßen. Dann habe ich irgendwie so, ähm. Pussy-Server drin, wo keiner richtig spielt. Ich merke schon. Also ich finde das Gewitter richtig sick gemacht. Ich mags. Ja. Ich muss immer pinkeln, wenn ich das höre. Ist nicht dein Ernst. Doch. Tarkov edit best. Komm drüber hier. Nicht mehr. Ja, 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 ja. Ich war ein bisschen überengagiert, okay? Ja. Du bist mir quasi in die Arme geflogen. Ja. So ist das. Äh. Es gab draußen. Aber den hast du wahrscheinlich schon erschossen. Nein, das bin ich nicht. Ich schieße da nicht. Ah. Ja dann. Hm. Lass uns mal rausgucken. Lass uns mal eins hochgehen und dann rausgucken. Hä? Was ist das? Ja. Ja, ja. Aber ich habe auch einen erschossen. Ne. Der hat sich nur gefuckt. Willst du mich verarschen? Jetzt sieht er aus. Die Kiva ist schon offen. Na gut, hier waren ja auch gerade die ganze Zeit Schüsse. Ja, wir gehen rüber. Hier ist der Brutal, wo wir rein sind. Der ist gegenüber von Kiva. Ja, hier waren zwar überall Schüsse, aber ich glaube die Innentür ist zu. Komm rein. Ich wurde angeschossen. Oh mein Gott. Einmal durch da. Und direkt in den nächsten Laden rein. Lauf, lauf, lauf. Sehr gut, weiter. Ja, jetzt wurde ich angeschossen. Du kannst schon aufrecht normal gehen, aber nicht sprinten. Hoch. Und jetzt gleich müssen wir halt immer wieder leise gehen. Das ist ultra wichtig. Not sure if I see. Ah ja, da. Hallo Leckner. Oh, dieser scheiß Leckner. Ich hasse dich, Spiel. Ohne Witz. Ich hab ein Problem. Mein Headset ist kurz ausgegangen. Warte mal. Das heißt, sie hört mich jetzt nicht. Hahaha. Mwahaha. 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 Mw creeping up of therinds者�áchisch Frischgoin. Was ist hier nicht alles richtig? Ich glaube nicht. Hinter dir, hinter die Tür! Tür, 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 Tür! Da ist er. Ja! Oh bei Gott! Ja ich war komplett boostet. Ich hab mich auch um recinénd Воiden Anschießen, aber die beidenbirthseizeinander waren da war doch ein bisschen zu viel für mich. Vielen Dank.